Seid ehrlich, diesem süßen Grinsen könntet ihr auch nicht widerstehen, oder? Und wenn ihr den Rest des Fotos seht, ist es endgültig um euch geschehen. Ein bisschen müsst ihr euch aber noch gedulden, denn wir nehmen euch mit auf eine kleine Zeitreise. Nach der Trennung von Ex-Frau Sevi Mais hat Raphael van der Vaart in Estavana-Polman sein Glück gefunden. Nicht nur die Leidenschaft für Sport verbindet den ehemaligen Fußballprofi und die Handballspielerin. Die Geburt von Tochter Jesslyn im Juni 2017 krönt ihre Liebe. Mit Damian, Rafaels Sohn aus der Ehe mit Moderatorin Sylvie Mais, ist das Patchwork-Familienglück dann endgültig perfekt. Seit Tag 1 bezaubern die stolzen Eltern immer wieder mit niedlichen Aufnahmen ihrer Tochter, doch von dem kleinen Baby von damals ist heute nicht mehr viel übrig geblieben. Die zweijährige Jesslyn ist mittlerweile ganz schön groß geworden, wie diese Aufnahmen beweisen. Auch mit dem Foto in ihrer Instagram-Story zeigt Estavana deutlich, dass ihre Tochter nicht nur an Körpergröße gewonnen hat, sondern mittlerweile auch einen eigenen Kopf in Sachen Mode zu haben scheint. Die Kombination aus Tüllrock, Bauchtasche und Sonnenbrille ist nicht nur modisch, sondern vor allem eines, Herz aller Liebst. Dazu der schiefgelegte Kopf und das schelmische Grinsen. Spätestens jetzt solltet ihr genauso verliebt in die kleine Jesslyn sein, wie wir es sind.